So, wir machen jetzt einen Truppeklip-Patita. Ja. Zuerst kühlen wir unser Glas herunter. Dann kommen vier Zähler. Vier Zähler eins. Vier Zähler Kachaca. Zwei Zähler Mango. Vier Zähler Karapuja. Ein Schuss Zitronensaft. Und jeweils zwei Zähler Ananas. Fünf Zähler. Ein Schuss ab. Das Ganze gut durchschicken. 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 Es ist zu groß, es ist zu groß. Das war unser Cocktail. Was ist das? Was ist das? Was ist das mit den Zehen aufbeißen? Die Kamera lehnt in die Kamera lehnt, so wie wir gemacht haben. Die Kamera lehnt, ja genau. Schade zu euch. Also auch schon total wunderschön. Das war super. Das war super. Super.